Hallo, mein Name ist Lester. Ich bin hier in Havana geboren. Ich arbeite als Reiseleiter seit einem Jahr und ich habe verschiedene Gruppen schon gemacht hier in Aventura, wie zum Beispiel Cuba Cycling, Cuba Real Excel und so weiter und so fort. Gefällt mir in Cuba hier, die Leute da sind fast immer sehr freundlich, nett und gefällt mir außerdem die Strände, die Kultur, die Gewohnheit. Ich würde den Touristen empfehlen, wenn sie Cuba bereisen, zuerst die Stadt Havana besuchen und die verschiedenen Sechenwundigkeiten zu genießen. Und nicht nur die Stadt Havana, sondern auch Trinidad, Viñales und Semfuego.